Aktivieren Sie auf dem Hauptfeld Anmerkungen-Tafel den Durchmesser des Bogensbefehl auszuwählen und die Position der Maßlinie angeben. Bei der Einstellung der Text Stil, Bemaßungsstil und legen Sie den Stil Multilidas an Attutiv nähe und aus der Liste der Beschriftungsmaßstab wählen. Nachdem Sie den Befehl aktivieren der Größenskala zu ändern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017